Es muss natürlich sein, dass das die Falsche war, dass das gar nicht die Herkules war. Und dass sie da jetzt noch rumtreibt. Doch, das war sie. Ja dann. Ja, ich hab gehört, die gehören da dazu. Wer hat hier wen, ist die Frage. Ja. Eine Seite, genau da rein! Feuer! Bereit gefeiert, Sir! Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Feuer! Jetzt noch mit beiden gleichzeitig auf hier. Gegner feiert! Ja, bin schon weg. Alle aus der großen Pferden! Feuer! Ja! Feuer! Stopp! Brahm! Mach segeln! Reiz zu feuern! Feuer! Haben Kaffee eingesteckt! Haben Kaffee eingesteckt! Gebt den Wind an! Nein! Der Kaffee könnten sie landen! Feuer! So, tschüss! Dann hast du Befehl gegessen! Nein! Wir brauchen ja hier! Feuer! Und jetzt geben soll segeln! Feuer! Schieß da hin, Sir! Feuer! Das ist nicht möglich, ganz auf uns zu verhandeln, Käpt'n! Feuer! Ihre Salve hat uns getroffen, Sir! Wir müssen auf alle Segel reppen! Feuer! Und dann kommen wir! Vorsicht! Wir breiten zusammen! Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Wir sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! So! Bereit zu fort... Wir schaffen denn uns trimmen! That's bad! Jetzt! Meine Scheißidee sich an uns zu hängen! So! Soll ich die jetzt entern? Ja, komm! Gönnen wir uns die Zeit mal! Nehmen wir uns mal die Zeit! Zack! Jetzt sind wir noch mal ein bisschen an die Kups! Das ist eine... Hier gehen wieder die Drehbasten... Das kommt eben wieder zum Schmutz! Zack! Halt! 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 Die Zivilisten-Austüre! Ich hab nur auf die... Leute... Vielleicht hab ich ausgesehen auf meine eigene Crew geschossen. Das kann passieren, ja. So, da war auch wieder Flow. Da war viel Metall dabei. Schön. Das ist gut. Dann haben wir vielleicht bald die Mega-Möder. Möder, Möder. Wenn die es dann nicht schaffen, diese Fords einzureißen, dann weiß ich es auch nicht. Vieren und Fahrt aufnehmen! Wir werden sie rammen! Alles setzen und schafft zum Wind ausrechnen! So, dann werden wir den anderen auch gerade noch ausnehmen. So, vorsichtig, dass wir beim Drehen hinten rechts mit dem Orsch gegen das Land knallen. Da kommen schon die nächsten, die hier stressvoll sind. Alles klar. Wir sind bereit, Sir! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Wo sind sie denn? Setz jeden Zoll Segel! Auf, geil! Nehmt Druck vom Baum! Feuer! Du wirst es kaum glauben, aber ich habe auch einen guten Handbruch. So, in der Zeit ist er jetzt los. Auf deinem Zeichen, can we? Feuer! Geben, Fahrsteller, Sonnengeschäft! Feuer! Sind bereit, Sir! Tschüss! Leesegel einholen! Kommt, Segelberg! Kommt! Brav! Könnte ich jetzt ein bisschen von dem Schock erholen, während er da irgendwie in der Kante hängt. Ich kümmere mich erst mal um den da drüben. Der wartet nämlich schon ein bisschen länger darauf, die Flügel zu werden. Alle außer Großberg! Die Segel auf keinen! So. Schön geparkt, würde ich sagen. So, kein Schuss mehr. So, irgendeiner hier muss noch mal drauf gehen jetzt. Also. Geht doch. Da guckt er jetzt, wa? Wir hatten jetzt kein Eisen. Wir können jetzt gerade verringern viel zu unnütz, zu unnütz wie in Orwassens. Okay. Jetzt haben wir noch die da drüben. Den nehmen wir auch gerade noch mit. Treff die Top- und Bramsegel. Palessegel, Bewegung. Alle Segelreffen raus aus der Böe. Kommt, Bramsegel, outgang. Zieht sie in ihren Untergang. Jawoll. Der hat wieder aufgefüllt. Sehr nett. Komm. 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 Pack. Pack. So. Ah. Goin' Meg. Ah. Das läuft. Was haben wir hier Schönes? Zu erbeuten. Noch mehr Metall. Ich glaube vom Metall her dürfte es reichen. Dass ich jetzt bauche, ist Geld. Dann gibt es hier die Mega-Mörser und dann werdet ihr mal sehen, wen sich hier mit dem Mega-Mörser kaputt macht. 20.000 sind noch nicht genug. So. Das ist die Bucht des spanischen Todes. Was ist das da vorne in Fort, oder was ist das? Kann sein. Haha. Ich sehe es nicht. Feuer! Ja, auf große Distanz ist der A. Ja, auf große Distanz ist der A. Geh bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Achtung, Zuton, Stoß! Ja. Schaß und Farbsegel, Berg! Bereit zu feiern, Sir! Eindrehen! Feuer! Oh, so, schon zu weit gedreht. Bereit zu feiern, Sir! Du musst ausweichen, sie will uns rammen! Na? Wie finde ich denn das? Ah, so. Alle Segel, sie vertreten das! Geh doch mal ein! Ab in die Feuer! Feuer! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Leer Segel einholen! Hauptsegel einholen! Vorsegel setzen! Triff sie aus sicherer Entfernung mit dem Mörser! Warum? Will ich nicht. Einholen! Einholen! Ja! Wiederholen! Hebt den Befehl, Sir! Jetzt jeden soll segeln! Hey, noch so zu fließen! Feuer! Feuer! Engel, ich habe sie! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Bleibt sie dafür bezahlen! Alle aus den Großbraten! Feuer! Feuer! Ja! Haha! Und das ist ihr Ende! Bereit zu feiern, Sir! Wir wenden mit der Welle! Los, Segel! Los geht's! Die Segel heißen! Los geht's! Los, ihr Faulpäte! An die Schotten! Jeebi! Kopf, Segel! Recht! Achtung! Wir stoßen zusammen! Nein, tun wir nicht! Lassen wir sie Eisen schmacken! Sauber eingefragt! Und... Bam! Und bam! Bam! Ah, nur 5 diesmal! Nur 5 diesmal! Ja! Hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet! Ja! Hättet ihr! Einer Luft, du setzt du's auf uns! Ja! 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 Geige von hinten! Das lebe der Überragungsmoment! Ihr seid alle tot der Männer! Zack! Läuft bei mir! Tja, da guckt ihr wohl, ihr Blödies! Tja, Kugeln und Kuh-Mitglieder! Kriegt mir das eigentlich Geld ein, diese permanente Enterei, oder ist das eher unnütz? Denn dann muss ich mir was suchen, was Geld bringt. Äh, das bringt eigentlich nichts. Bringt die Hauptsegel in den Wind! Na gut! Groß und braun Segel! So, was haben wir denn da vorne? Es kann aber sein, dass das uns schon gehört. Es kann aber sein, dass das uns schon gehört. Lola! Ja, genau, der ist das nämlich. Parkball-Captain! Dort drüben treibt ein Mann, Sir! Ja, ist mir egal. Lass treiben! Das nächste Fortwärter war drüben. Ach, so ein Royal wär nochmal schön mit hier viel Geld und so. Boah, ist das geil! Lola! Ja, raue See hier gerade! Hallo ihr! Die Stürme ist reisegeschwimt fertig, ja. Ist das schon ein Sturm hier, okay. Rund auf den Grund! Rund auf den Grund! Hoppla! Das tut mir aber leid. Ja ja, wir haben es ja verstanden. Ein W... Ein W... Rack mehr! Da drüben schwimmt einer, der kann sich mal zum Inselchen durchschlagen, sonst würde ich es anstellen. Ja ja... Hoppla! Jetzt geht's! Wir wissen... Die großen Wellen ausgleichen, dann geht das. So... Den zu überrennen macht keinen Sinn, weil... Die haben ja eh kein Geld dabei. Die sind ja langweilig. Ein bisschen Geld brauche ich. So, das ist ja eigentlich irgendwo, muss ich nicht irgendwo ein Vorort sein. Sag mal... Da hätte ich jetzt nochmal hier ein bisschen... Ein bisschen die Power für, jetzt das nächste Vorrat noch mitzunehmen. Ich möchte eigentlich... Das zumindest von diesen Nebenmissionen... Wir können nicht alle Schatztruhen einsammeln und alle Karten finden und alle Schätze und das weiß ich was alles. Aber ich will zumindest, bevor wir hier aufhören, sämtliche Vororts erledigt haben. So als Nebenmission würde ich zumindest das geschafft haben. Da ist gerade einer aus unerklärlichen Gründen draufgegangen. Jetzt ist wahrscheinlich irgendjemanden angelegt. Könnte mal entern, aber... So... Da rum... Da... Oh Gott, das ist auch ein fettes Vor. Aufstellung, ihr Martin! So, jetzt ist es wenigstens so schürmig, das heißt, wir haben hier die Chance, megamassig Feuer! Boah, Schande. Feuer! Konzentrier dich auf Ruhe! Leesegel einholt! Oh, die Hänge, ja. Entschützung von Mini-Boardy. Feuer! Feuer! Das macht aber nichts. Wir haben mal schnell weg. So, 3 von 6 habe ich erledigt. Ja, der muss in Visier. Feuer! Feuer! Und weg. Okay. Sehr gut. Der letzte kriegen wir jetzt auch noch. Der ist eh stark angeschlagen schon. Wir sind echt noch stabil. Feuer! So. Feuer! Gebt den Befehl, Feuer! Wir sind bereit, Sir! Gebt mir etwas warm! Gegner, kommt auf uns zu! Feuer! 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 Und H. Das war's für den... Das war's für den... Boah! Wir sind sicher, Captain! Das war's für den...